Plakate erzählen, was du dir gedacht hast? Ja, die AfD will ja, dass alle Leute, die nicht aus Deutschland kommen, rausgehen und bei uns aus der Klasse wären dann nicht mal die Hälfte mehr da. Und ich will halt, dass alle bleiben. Und wie fühlt sich das für dich an, jetzt hier heute mit so vielen... ...leuten zu sein? Ja, also das ist schon ein krasses Gefühl so, aber das fühlt sich auch gut an. Von hier oben ist das ja wirklich ein unglaublich beeindruckendes Bild.